Musik Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben Sie gewusst, dass GOP unter anderem ein Spezialgeschäft für Babynahrung und Babypflege ist? Ein grosser Teil der jungen Mütter scheint das bekannt zu sein. Rund ein Drittel von ihnen kauft Babynahrung nämlich in unseren Läden. Es hat sich offenbar umgesprochen, dass bei GOP die bekanntesten Vertrauensmarken erhältlich sind, und zwar zu Preisen, die das Haushaltbudget nicht auch noch unnötig belastet. Wenn die Mütter heute weitgehend die praktische Fertigmahlzeiten brauchen, hat das bestimmt verschiedene Gründe. Zum einen sicher wegen dem Einfachen und Zeitsparenden Zubereiten. Dazu kommt aber, dass die Babymahlzeiten den Eltern die Sicherheit geben, dass ihr ein Kind ausgewogen, abwechslungsreich und dem Baby gerechten Geschmack entsprechend ernährt wird und alles bekommt, was es für seine Gesundentwicklung braucht. Die Hersteller und ihre Partner aus der Landwirtschaft legen nämlich grössten Wert auf Qualitätssicherung und überwachen schon den Anbau von Gemüse und Früchten mit strenger Kontrolle. Und damit die natürlichen Vitamine und Mineralien erhalten bleiben, werden die Rohstoffe sofort nach dem Ernten schonend verarbeitet. Bei Nestlé, einem von den wichtigsten Herstellern, befasst man sich seit 125 Jahren mit Kindernahrung. Dank langer Erfahrung in den eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren kann man eine moderne Produktpalette anbieten, die den Bedürfnissen der ersten Lebensmünge anpasst und einfach in der Anwendung ist. Im Babymenü Vollkorn zum Beispiel wird kein Zucker zugesetzt. Die Süssi wird aus dem Getreide gewonnen, was die Löffelmahlzeiten angenehm im Geschmack und noch leichter verdaulich macht. Ausserdem enthalten sie viele notwendige Nähr- und Aufbaustoffe in den empfohlenen Mengen. Und sie sind zum Abwechseln in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Dass Sicherheit und Qualitätskontrolle bei den Herstellern von Kindernahrung ganz gross geschrieben wird, habe ich schon betont. Schauen Sie doch mal, was Galactina dazu meint. Für Erwachsene erlaubt das Gesetz achtfach höhere Nitratwerte als für Kleinkinder. Deshalb Babynahrung von Galactina. Verlangen Sie unsere Dokumentation. Goop, ein Spezialist für Babynahrung und Babypflege, habe ich am Anfang von dieser Sendung gesagt. Und das nicht ohne Grund. Bei Goop kommen Sie nämlich auch das Neuesten über, was Babyhygiene betrifft. Zum Beispiel die Fixis, die neue Exklusivmarke von Goop. Der neue Saugkörper hält durch verstärkte Saugkraft an den entscheidenden Stellen Nottrochner und es gibt sie natürlich speziell für Boys und für Girls. Die Hösliwindle hat ein Komfortband, das beim Auf- und Zumachen der Windle beweist, dass ihr Name Fixis zurecht besteht. Die Fixis bietet den Müttern aber auch für alle drei Entwicklungsphasen, Baby, Mobil und Junior, eine spezielle Problemlösung. Und das alles erst noch zum absolut überzeugenden Preis. Machen Sie doch am besten mal einen Vergleich. Ich möchte Ihnen jetzt noch gerne ein paar weitere Spitzenprodukte von Goop vorstellen, die ebenfalls kein Vergleich schüchen müssen. Zum Beispiel die bekannte Confiture Bonne Maman. Confiture Bonne Maman Wenn Sie neben der fruchtigen Konfit auf dem Zmorgentisch gerne noch einen feinen Käse haben, probieren Sie doch einmal den Troubadour. Der Troubadour ist ein milder Schweizer Halbherdkäse, welcher zu vielen Gelegenheiten gerne gegessen wird. Er hat einen feinen Geschmack und ist sehr mild, was er neben Kind besonders beliebt macht. Mit dem Troubadour können Sie jetzt übrigens Ferien- oder Warengutschei gönnen. Wie es geht, steht ausführlich in der Goop-Zeitung dieser Woche. Günstig wie immer sind die Aktionsangebote, die Sie morgen in unseren Läden antreffen. Zwei Kilo Navelinas-Orangen kostet bei Goop nur 2,20. Ein Liter Sonnenblumenöl gibt es für nur 3,50. Und den Mondial-Orangen-Saft kommen Sie im sechsten Pack über für ganze 5,40. Ganz ein besonderes tolles Geschenk können Sie Ihren Kindern machen mit dem kompletten Lego-Schiffshafen zum Zusammensetzen für nur 99 Franken. Das war wie immer ein Überblick von den Aktualitäten, Neuheiten und Aktionen bei Goop. Mehr? Viel mehr davon sehen Sie natürlich, wenn Sie selber schauen können. Am besten gerade morgen. Auf Wiedersehen miteinander.